hi leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten video von mir von tolly nolly heute mit einem case opening in leech of legends es sind die neuen project cup sind da und ich habe gerade für 25 euro mal rp aufgeladen und habe mir dafür mal fünf stücke gekauft und noch eine normale kiste und wollt die zusammen mal mit euch aufmachen dann fangen wir schon mal an es sind halt immer drei skins drin ich hab dich schon mal gut an es sind immer drei skins glaube ich drin waren drei skins und dann kann immer noch was zusätzliches drin sein den wollte ich haben den ersatz gehen ich will mal schauen ich will mir nämlich auf jeden fall ok 3000 also das ist echt hammer habe ich schon project not fair und die letzte kiste dank noch mal 1000 ok hier ist noch die kiste da ja und wein warte mal wein ich will nicht mal schauen ich brauche nicht mehr viel bis ich mir so kaufen kann ich habe ja auch bald einem level ab hier und dann will ich mal schauen dass ich mir da den charakter hole so ich will jetzt mal schauen ich will nämlich der selbst kind ich wie brauchst du 675 so dank master da ist tausend ja nehme ich jetzt können wir noch den skarner skin holen so welchen will ich denn jetzt noch mal er hat der ohren skin der muss zack so warte mal kriegen wir noch irgendwas für 300 ich schätze mal nicht na gut dann würde ich sagen dann wie wollen wir mal erst mal die billow den habe ich schon den habe ich schon ok ok ah was will doch keiner mal 1 2 4 8 10 ok dann würde ich sagen disenchant ich den mal so und dann wie wollen wir einfach die anderen ich meine das sind champions entweder spiele ich sie nicht hier so wie sind oder die urna oder ich habe für die halt schon jeweils und ich glaube ich habe noch kein twisted fällt skin ok mein dritter oder vierter schulgarten skin hier ich habe auch schon hier 72 projekt tokens jetzt will ich mal schauen ich werde mir wohl das hier holen fehlen mir ja noch ein paar und dann weiß ich will ich mal schauen ich schätze mal hier diese project skin orbs oder so muss ich schauen was ich noch so zusammenkriege so wie kostete wie viel 7800 ja ok ja dann hier diese 2000 blauen essen 2100 die das noch sind die mir fehlen die hole ich mir dann schaue ich mal dass ich die recht zügig zusammenkriege und dann wollte ich mal sagen bedanke ich mich auf jeden fall für's zu sehen ich hoffe es hat euch gefallen wir haben auch richtig gute sachen bekommen also wenn man mal gut hier halt der da los gehen bettelkaskar und das ist der skin und würde ich sagen schaltet beim nächsten mal wieder ein und macht's gut bis zum nächsten mal und ciao ciao Bis zum nächsten Mal.